Yo, cheers Leute, Captain Knife hier am Start. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, von mir gibt es heute ein kleines Unboxing-Video. Ich habe mir was Neues bestellt, was hier drin ist, wo ich auch schon wieder richtig scharf drauf bin. Heute geht es um ein Messer von Les George, von einem amerikanischen Custom Knife Maker. Und ich habe hier wieder ein Framelock Messer mir bestellt. Habe ich wieder für einen günstigen Preis gekriegt. Ich möchte mich da auch noch mal super gern bei dem Alexander bedanken. Das war wirklich ein tolles Angebot, was er mir da gegeben hat. Und ja, das möchte ich jetzt auf jeden Fall auspacken. Mir hilft dabei mein Chris Reeves Small Sebenzer. Das habe ich auch noch gar nicht so lange. Wird auch noch mal ein Video drüber kommen. Das hilft mir jetzt einfach mal den Karton aufzumachen. Genau, ich habe ja schon gesagt, jetzt geht es um ein Messer von Les George. Und zwar geht es heute um ein Framelock Messer. Und das ist das Modell Talos. Das hatte der Stefan 123321 auch schon mal vorgestellt. Und ihm hat das glaube ich nicht ganz so zugesagt. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich habe schon nach dem Video geguckt, Stefan. Aber ich habe es leider nicht mehr gefunden. Ich weiß auch nicht, wo das abgeblieben ist. Ich muss noch mal gucken, ob ich es noch mal finde. Das hätte mich schon interessiert, noch mal deine Meinung dazu. Auf jeden Fall habe ich mir das Teil geholt. Ich fand das Ding cool. Und ja, bin schon sehr gespannt drauf von der Größe her. Das soll ein relativ großer Folder sein. Und da bin ich schon wirklich gespannt drauf, wie das Teil aussieht. Ich stehe ja auch auf kleine Messer. Aber jetzt dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit für ein großes Messer. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein. So, hier haben wir schon so eine kleine Pappschachtel. Karton mal weg. Den brauchen wir nicht mehr. Und schauen wir doch mal, was hier drin ist. Sehr cool. Schön eingebettet hier in Seide. So kann man doch sein Messer schön empfangen. Und das ist wirklich ein großer Folder. Und der gefällt mir richtig gut auf Anheb. Auf jeden Fall. Ich habe das Teil schon in anderen Videos auch gesehen. Aber was ich jetzt hier sehe, finde ich gleich noch mal cooler. Super coole Griffform abgefahren. Also sieht schon richtig ergonomisch aus. Komplett hier in Titan. Die Griffschalen. Super geiles Stonewash Finish drauf. Richtig cleanes Ding. Geiles Teil. Jetzt werde ich die Klinge sehen. Oh ja. Super geil. Sieht aus wie aus einem Stück hier. Mit diesem geilen Stonewash Finish. Gefällt mir richtig gut. Und das ist gerade super aufgeflippt. Also der Klingengang war traumhaft. Oh ja. Sieht man schon. Klappt hier super ein. Und lässt sich hier richtig butterweich öffnen. Super cool. Geile Klingenform hier auch. So eine Clip Point. Ja. Clip Point Klinge haben wir hier. Finde ich mal wirklich ziemlich, ziemlich cool. Die Klingenform. Hat mir schon immer gefallen. Hier bei dem Modell Talos von der Storge. Geiles Teil auf jeden Fall. Alexander. Super cool. War ein geiler Deal auf jeden Fall. Den du hier abgeliefert hast. Und ich freue mich hier richtig drüber. Toller Handschmeichler. Ganz glatt. Cool in der Hand. Großes Messer. Schöner Klingengang. So lässt sich es doch ins Wochenende starten. Sehr geil. Super cool. Schaue ich nochmal wie es flippt. Ja easy. Also wirklich richtig cooler Sound auch. Also ein richtig cooler Sound. Schauen wir mal ob ich den Spidey Flip hier auch hinkriege vielleicht. Ja. Bin ich so richtig. Ah ja. Okay. Sehr cool. Super leichtgängiges Teil. Und ein großes Messer dazu. Super super cool. Sehr geil. Da werde ich gleich nochmal. Oder was heißt gleich. Ich werde demnächst euch da nochmal eine genauere Beschreibung von dem Messer geben. Ähm. Und werde das jetzt erstmal bespielen. Tragen. Testen. Habe jetzt ein bisschen Zeit am Wochenende. Naja. Eigentlich nicht. Aber ich werde es einfach mal mitnehmen. Vielleicht auch auf die Hochzeit. Die noch bevorsteht. Von einem guten Freund von mir. Ähm. Cooles Ding. Geil. Habe ich Bock drauf. Fett. Okay. Cool. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ähm. Wie gesagt. Es gibt hier noch ein neues. Äh. Äh. Ein ausführliches Review. Zu dem Messer hier. Und. Ähm. Ja. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall das nochmal genauer vorzustellen. Ich finde es richtig cool. Super geiles Teil. Und. Ich freue mich natürlich wieder auf eure Kommentare. Und. Ähm. Ja. Macht's gut. Bis dahin. Wir sehen uns. Peace. I'm out.